Hallo und herzlich willkommen zu Kurz Erklärt Dr. Woltz. Heute geht es um Kinderimmun Dr. Woltz. Ihr fragt euch bestimmt, ob Kinder auch Nahrungsergänzungsmittel nehmen sollten. Ich habe da eine klare Meinung und sage auf jeden Fall. Warum? Ihr kennt es doch auch alle. Kinder haben super viel Kontakt mit anderen Leuten, sei es im Kindergarten oder in der Schule. Gerade in diesen Phasen ist das kindliche Immunsystem noch nicht voll entwickelt und Kinder, ihr kennt es, sind super oft krank. Deshalb haben wir Kinderimmun Dr. Woltz. Die enthaltenen Vitamine sind nämlich wichtig für das Immunsystem oder unterstützen das Immunsystem. Weiterhin enthalten sind Zink, dann Beta-Glucane, Kolostrum und auch Milchsäurebakterien. Diese Kombination ist einzigartig und Kinderimmun Dr. Woltz hat keine Zusatzstoffe. Das hebt das Produkt von anderen ab. Kinderimmun Dr. Woltz gibt es als Pulver oder als Stick. Einfach den Stick öffnen und dann einfach übers Müsli geben oder ins Essen. Es kann auch sehr gerne einfach in ein Getränk gegeben werden. Der Vorteil von Kinderimmun ist, dass es gut löslich ist, eher geschmacksneutral bis süß ist. Das heißt, Kinder nehmen diese Nahrungsergänzungsmittel auch. Einfach den Stick hierfür öffnen. In ein Getränk ihrer Wahl geben oder übers Müsli empfehle ich es auch immer. Kurz umrühren. Und schmecken lassen.